servus und willkommen zu einer neuen folge von modern skyblock 3 ja wir haben ja das letzte mal mit den wasserrädern und anderen dinge da wen krumm gespielt ja da wollen wir auf jeden fall heute mal weitermachen ach glaubt da hat ein blitz eingeschlagen ich habe da drei schweine ich habe da drei schweine stehen ja hallo okay so verliert man auch wie hier ja aber dann macht es vielleicht sinn dass wir irgendwann mal auch dieses eine von forestry was bei forestry dabei ist auch mal aufstellt so die feder legen wir weg die dies keine braue momentan auch nicht das kann man nicht gießen das andere zeug kann ich mal da lassen ist die farbe durch noch raus das kommt dann mal runter das kommt mal rüber das kommt rüber dahin okay so weil was will ich machen weil mir ist nämlich so aufgefallen ich habe da hinten bevor ich jetzt hinter rennen gehe ich erst mal runter und hole noch mal so 23 steine weil das brauchen wir gleich wenn dann bauen wir es gleich richtig da nehme ich mir mal einen steck mit das lasse ich da das lasse ich da da komme ich lieber wieder her so und dann nehme ich mir nochmal zwei stecks davon mit und ich nehme mir mal einen steck steine auch noch mit da muss ich auch mal jetzt endlich schauen dass ich da mal ja ich muss ich muss da mal vorankommen aber wenn wir jetzt dann mit energie anfangen kommen wir voran das ist ja das schöne die energie geht irgendwann nach unten und wir dann unten weitergemacht und das schöne ist jetzt dann ja wenn ich jetzt dann hier soweit fertig bin dann haben wir auch eine vernünftige monster farm dass die auch ich hoffe dann die ganze zeit läuft so ich mache jetzt hier mal einen dreiten in 3 du kannst weg habe ich habe ich den noch einstecken nein habe ich nicht dann muss ich mit der hand machen ja genau habe ich nicht haben nur gerade gesehen so also wir machen das mal auf ich hätte gesagt 5 reicht ja dann machen wir noch ein so schnell sind die blöcke weg die wo ich gedacht habe die reichen auf jeden fall dann heißt es jetzt beginnt mal da oben aufs dach so das heißt für mich ich habe es dann hier drei da kommt dann das wasser rein dann brauche ich jetzt auf jeden fall den kann ich dann gleich wieder umschüsseln zu der wand das ist in ordnung das ist auch in ordnung soll dann brauche ich auf jeden fall auch einen weg das heißt ich habe dann hier den zweiten irgendwann sollen das zwei werden so ja ich sollte vielleicht nicht die steine jetzt hier verwenden weil sonst wenn ich gleich wieder zurück ich kann die steine mehr habe so das heißt wir haben jetzt hier das wasser das wasser kommt hier rein und läuft hier weiter das heißt da wird schon mal wieder abgegrenzt dann habe ich jetzt hier ich brauche halt ich brauche ja fünf ich muss ich habe noch genügend steine dass das reicht das heißt ich mache jetzt aus mal aus ihr erste mal noch mal wieder weil ich brauche ja wie gesagt ich brauche fünf für das ja und ich möchte nicht das wasser in dem in dem teil da drin haben ja du nicht du kommst da hin so dann kann ich dich jetzt eigentlich komplett schließen bis dahin dann kann ich dich machen zu der wand wieder so zwei haben wir schon mal hier die fünf hoffe dass das überhaupt so funktioniert das ist gerade ja auch noch dazu ich merke gerade also ich bin jetzt öfters hier und da hört immer noch das monster sterben also die monster falle wird auf jeden fall massiv da schaut mal ein glück muss man haben wird auf jeden fall massiv ausgebaut so dann mache ich jetzt mal es wird nämlich so art hufeisen habe ich so im kopf dass man dann sagen kann okay das geht es nach drüben noch mehr nach da und nach da und nach hinten und hinten können dann die leute sich jetzt bauen und dann schön nach vorne transportiert werden soll wir wollen noch mal nach oben so und da kommt jetzt das wasser hin so dollar das heißt ich brauche noch mal nämlich ein kabel weil das ist am besten den schlüsseln mal um darf man nicht vergessen dass ich dann oben auf jeden fall auch eine beleuchtung hin macht so genau weil nicht dass mir dann ja dass ich nicht meine monster falle als monster falle habe sondern dass die monster falle vor der falle ist das wollen wir natürlich nicht so dann hätte ich gesagt machen wir auch komplett bis hier die wand hin dass das mal komplett eingemauert ist so art staudamm und was ich auf jeden fall machen kann im moment ich habe doch bestimmt ich merke schon ich muss das aber auch nicht extrem weit ausweiten habe ich noch leider ja doch gedacht naja sind aber nur zwei aber die 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 kann ich schon mal weg machen weil die interessieren mich dann hier nicht mehr weil die kann ich jetzt nämlich dann hier drin verstecken naja das heißt ich kann es dann hier hochgehen man sieht es nicht mehr so unbedingt weil wie gesagt das wird ja irgendwann verschlossen da vorne ja dann hätte ich gesagt wir machen das dann muss ich noch mal schnell zwei eimer wasser holen weil dann haben wir nämlich da auch noch eine unendliche quelle und das ist dann auch der ursprüng von unserem wassersystem hier oben das heißt ich habe dann links und rechts also das heißt die kommen links und rechts hin das war natürlich schwachsinn was ich jetzt gemacht habe die kommen da hin und dann kann ich trotzdem den einmal hier auch noch ausleeren alles ist gut so dann habe ich nämlich jetzt auch mal eine wasserquelle das heißt die da hinten kann ich dann so machen okay dann muss ich jetzt als erstes ich muss noch mal zwei bauen aber erst mal f7 drücken denn wir möchten keine spaßbremsen haben dann kann ich gleich noch mal ins deck steine bringen und ich muss mir auf jeden fall noch mal zwei von diesen großen rädern bauen dann schauen wir mal ob das überhaupt so funktioniert es kann nämlich sein dass auch nur zwei gehen ich weiß dass ich früher mal ganz ganz früher mal drei gebaut habe ich habe davon noch was und ich habe den brauche auf jeden fall auch das ja ich habe viel zu wenig holz da da oben habe ich noch was machen wir mal 32 weil das kann man durch acht teilen jemals soweit ich das im kopf habe ihr wollt so 1 2 vor allem mit thermal glaube ich kann man das dann auch in energie umwandeln ich weiß jetzt nicht ob das ich glaube bei bei den anderen zwei geht es nicht aber mit thermal haben wir ja dann noch ein mod und da wollen wir ja auch demnächst mal hin so ich brauche jetzt hiervon da brauche ich jetzt doch mal 12 ich muss nur ich muss nur aufpassen weil ich habe hundertprozentig von ich habe sehr knapp kalkuliert glaube ich so 3 ja der war clever nein so 4 und 1 2 3 4 ich brauche glaube ich eisen oder so oder stahl dafür ne für das für das rad auch stahl hätte ich mal gesagt lassen wir gleich laufen nehmen es aber auch gleich mal weil wer jetzt im ding blödsinn ich brauche jetzt zwei für den dann brauche ich drei für den das heißt wir brauchen insgesamt elf stück minimum okay dann kann ich da noch mal ein bisschen coca coal rausziehen bis der soweit ist dann haben wir noch das waterwheel und ich habe dann sozusagen jetzt die vorbereitung schon mal getroffen dass ich mein stahl machen kann so na komm das erste ist gleich fertig so das heißt wir warten jetzt noch mal schnell auf den zweiten ja ja so und als zweite rad will aber auch noch das dritte fertig kriegen aber es dauert noch kurz so ja wir sind fast fertig so ja na komm danke haben wir uns ein drittes ja Mal wieder dunkel. Sehen wir jetzt dann gleich, ob ich da hinten gut ausgeleuchtet habe. Oder ob ich jetzt... Na, es regnet schon wieder. Man braucht hier nicht sagen, dass es hier nicht oft regnet, ne? Das ist nämlich gelogen. So, dann hätte ich... Ja, dann hätte ich gesagt, da muss ich immer dran denken. Weil bei GT steht man immer so auf. Und bei dem Pack nicht. Da steht man immer verkehrt rum. Ich weiß nicht, wer immer verkehrt rum aus dem Bett krabbelt. Ich nicht, aber... So, da muss ich auf jeden Fall auch noch Höhe bauen. Weil das bringt uns sonst so nix, ne? Das heißt, das Kinetik-Ding... Ja. Das war hervorragend gemacht von mir. Aber vielleicht kriege ich... Äh? Lass mich da hin. Ich will nur in dieses Loch des Zeuglein machen. Danke. Ich hoffe, dass das soweit passt. So, und jetzt möchte ich eins, zwei, drei. So, dann kann ich nämlich das hin machen. Dann kann ich nämlich hier auch... Den hin machen. So, und wie es aussieht, funktioniert es nämlich so nicht. Ich hab's mir nämlich fast gedacht. Au. Ich muss dann nämlich einen weiter hinter. Das wir machen hier dicht. Aber deswegen, äh... Probieren wir uns ja aus, ne? So, eins, zwei, drei... Ja, schaut schon mal gut aus. Aber... Ich brauche noch was. Und zwar... Deswegen auch, äh... Doppel die Mauer. Komm. Letztlich mal. So, ich muss jetzt nämlich dann da hinten hin. Ja, das bist du. Kann jetzt das sein, dass ich nochmal höher muss? Mal machen zu. Kommt hier Wasser an? Nein, es kommt hier kein Wasser an. Dann heißt es, ich muss diese Mauer nochmal nach oben ziehen. Bin ja froh, dass ich gesagt hab, ne? Vorhin. Äh, wir müssen... Wir müssen nochmal... Äh... Steine mitnehmen. Dass ich's total, äh... Gemacht hab. Nämlich nicht. So, also. Das heißt, das Ding muss wieder weg. Dann, wenn die... Dann musst du nochmal nach einem nach oben. So, das da ist nämlich soweit richtig. Müssen wir mal schnell dahinter schwimmen. Das heißt aber, das muss auch nochmal eins nach oben. Okay. Dann machen wir hier zu. Naja, weil, äh... Wenn man das nämlich als L-Form macht... Äh... Bringt's mehr. So, jetzt ist nur die Frage für mich gerade. Ich muss ja immer wieder mal hin und her laufen. Ähm... Macht am meisten Sinn. Und da sich das Wasser dann nach vorne versetzt. So, und wenn ich's jetzt, äh... Noch intelligent gemacht hätte... Das ist nur die Frage, ähm... Ich mach das... Ich mach das so. Das heißt, du kommst da hin und du kommst da hin. Ja, ich sag noch gerade, wenn ich intelligent bin... Nein. Oh, heute nicht. Ist heute... Ist heute leider ausverkauft. Intelligenz... Intelligenz wurde heute leider nicht vergeben. Wurde heute früh nicht geladen. Nicht noch im Bett. So. Äh... Ja, genau. Dann müssen wir jetzt erst mal das so machen. Wir machen mal schnell zu. Danke. Ich will nämlich mal ein Wasser haben. Okay. Dann muss ich jetzt nämlich hier... Soll ich mich wieder vorkämpfen? Wir machen schnell. Auch zu. Das da kann offen bleiben. So. Und dann heißt das, da kommst du hin und da kommst du hin. Und jetzt geht's bis zum Rand. Das ist genau das, was ich dann will. Oh, und jetzt haben wir das da fertig. Das muss ich... Habe ich noch eine Leiter einstecken? Nein. Ja. Ich muss auf jeden Fall erstmal hier noch eine Fackel hinsetzen. Und da muss ich auf jeden Fall auch noch was hinsetzen. Und dann sind wir natürlich die Steine ausgegangen. Klasse. Machen wir es erstmal so. Ähm... Dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt auf jeden Fall... den Tymo. Ja, und dann heißt es jetzt 1, 2, 3. Und jetzt müsste der auf jeden Fall auch... Äh... Bestmögliche Energie... Äh... Kriegen. Weil er ja... Von hinten und von unten transportiert. Ich glaube, es wäre noch eine Möglichkeit gewesen, dass ich es auch noch oben mache. Das heißt, dass das Wasser hier oben ist und dann dann nach hinten läuft. Aber ich hoffe, dass das reicht. Vor allem, wenn das... Das lustige ist nur, er schreibt hier gerade 0 RF hin. Ich bin gerade leicht geschockt. Aber es kann auch sein, weil er keine Abnehmer hat. Ich weiß es nicht. Ähm... Außer natürlich, ich habe dann doch jetzt vollen Konstruktionsfehler drin. So. Dann brauche ich auf jeden Fall noch von Immersive. Äh... Heavy Machinery. Äh... Die Low Voltage. Genau, das heißt, ich brauche einen L4 Wire Connector, einen L4 Wire Relay und nochmal L4 Wire Coil. Ähm... Unser Glotch. Dafür brauche ich den Work Table. Äh... Das heißt, den Energy Nears Workbench. Sollten wir uns jetzt als nächstes erst mal anschaffen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall auch jetzt dann einen Bereich, wo ich dann noch das Zeug aufstellen kann. So, das heißt, ich brauche Threaded Wood Planks. Ich brauche einen Zaun und ich brauche... Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, äh... Ich möchte nicht alle Zäune verballern. Jetzt wisst ihr warum. Ähm... Der war da oben. So, dann haben wir das. Müssten wir eigentlich alles haben für den Workbench. Jawohl. Und den stelle ich jetzt erst einmal hier hin. Jawohl. Nächste Quest abgeschlossen. Ähm... Dann... Für the Glotch. The Garden Glotch uses power and water to grow crops faster, ne? Also, da werden irgendwann die Pilze und das wird auch irgendwann, äh... Der Bereich sein, äh... Um... Die, ähm... Die große Stromversorgung, sobald ich Mechanismen hab, äh... Zu machen. Aber man wird jetzt alles das mal, äh... Sehen, äh... Vor allem, es wird gerade lustig... Äh... Wie ich jetzt da an was rankomme. Dafür brauche ich aber mein Buch. So... Äh... La 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 la... Construction... Äh... Work... Workbench und Blueprints. Genau. Das haben wir. Ich glaube, ich muss die Workbench... Äh... Ich muss diese Blueprints, glaube ich, bauen, ne? Genau. Metal Press Molds. Arc Furnace Electrode. Crafting Komponents. Und so weiter und so fort. Äh... Für die Gartenglodge. Steht da ein Rezept, äh... Drin? Falls ich jemals die... Gartenglodge sehen sollte. Dass ich gerade wieder bezweifle. Da ist sie. Ha! Habe ich sie schon. Das heißt, ich brauche, äh... Die Vacuum Tube. Und den Iron Mechanical Component. So, wenn ich jetzt nicht aufrufe, genau, brauche ich den Blueprint. Das heißt, ich brauche jetzt... Äh... Was? Ach so. Arc Furnace Crafting Components. Was habe ich jetzt gesagt? Crafting Components brauche ich, ne? Iron Mechanical Components. Iron Mechanical Components. Dann ist das Crafting Components. Dann brauche ich jetzt ein Eisen, ein Aluminium und ein Kupfer. Ein Eisen, ein Aluminium. Immer noch schön merken, ein Eisen, ein Aluminium und ein Kupfer. Ein Eisen, ein Aluminium und ein Kupfer. Ich weiß, dass ich definitiv drei Blätter brauche. Die hole ich mir gleich von oben. Aber ich will nochmal gucken. Ich brauche noch drei Lapis. Dann nehme ich mit den Block. Gleich ablegen. So, jetzt haben wir noch die drei Blätter, was ich brauche. Die waren, glaube ich, hier drin. Jawohl. Ja, und ich sehe, ich kann mir jetzt langsam vorstellen, wo die herkommen. Die kommen irgendwo hinter der Falle. Aber das ist, das ist alles kein Thema mehr, sobald ich diese Falle umgestellt habe. Dann wird da hinten auch eine richtige Drawwand. Also das ganze Geschmatti, was dann da unten ist, wird dann nach hinten verfrachtet. Auch mein Lager werde ich dann nach hinten verfrachten. Ähm, ich weiß, ist dann der Weg ein bisschen weiter. Aber hat, äh, dann, ist dann schon mal da, wo es hingehört. Lieber laufe ich dann halt ein paar Meter mehr. Ist aber mir dann egal. So, wir legen uns jetzt erstmal hin, dass da nochmal einer kommt. So, die drei Seiten Papier habe ich schon. Wäre fast richtig gelaufen. So, und jetzt habe ich den Engineers Blueprint Crafting Components. So, und den muss ich jetzt, soweit ich weiß, da reinlegen. Genau, und jetzt habe ich hier die Möglichkeiten. Iron Mechanical Component. Steel Mechanical Component. Vacuum Tube. Und Circuit Board. Sehr schön. Ähm. Wie ich das Zeug dann herstelle, sehe ich aber dann hier drin. Genau. Da brauche ich dann die Eisenplatten. Alles, alles, kein Problem. Garden Clotch, äh, hat, hat schon, hat schon ein bisschen Sinn. Äh, das ist ein Projektor. Der Projektor ist, glaube ich, wichtig für die Maschinen. Und die Low Voltage, die wollten wir machen. Genau. Wir wollten jetzt die, äh, lalalala, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Also das da ist Copper Wire und ein Threaded Stick. Das ist kein Problem. Ähm, dann brauche ich aber noch, ich glaube, den Alpha Wire Connector und das Relay. Dann brauche ich auch drei Kupfer und zwei Kupfer. Und da brauche ich immer Terracotta. Und Terracotta ist einfach nur der Clay Block gebrannt. Da brauche ich jetzt, ich glaube, sechs Stück. Wisst ihr auch warum, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, ich sollte schon mal ein bisschen sechs Stück, was nehme ich mit drei. Äh, davon drei und zwei. So, brenn mal und du auch. Ole, komm da hin. Ich muss mir sowieso mal was überlegen, ähm, wie ich das mache. Ich habe dann nämlich langsam eine Idee, dass ich, äh, mal versuche, mir ein Bonsai zu machen, den über den Ofen stelle und, äh, dann, äh, in den Ofen reinlaufen lasse. Kann ja die ganze Zeit, äh, Kohle produzieren, wie ein Weltmeister. Ohne, dass ich nicht nochmal drum kümmern muss. So, wie weit bist du? Du hast doch auf jeden Fall mal den Stahl fertig. So, ich brauche jetzt, äh, genau das Definder, das habe ich vergessen. Natürlich die Kupfer mitzunehmen. Ich brauche vier Stück, eins, zwei, drei, vier. Äh, dann brauche ich meinen Cutter. Der ist hier. So, du gehst da hin, da hin, runter, daneben, brauchen Dreierfeld. Okay. Dann kommst du wieder raus. Bevor ich mich jetzt noch, ah, ich brauche Platten. Brauche ich dafür jetzt zwei? Okay. Dann, da hätte ich jetzt lang rum probieren können. Auch acht Kabel. Ich habe gerade gemerkt, ich kann, heute, sei ja, heute, heute nicht, heute nicht, ich sehen kann. Nein, ich bräuchte, ich hätte nur vier gebraucht. Ist ja gut. Nein, mach mal zwei. So, jetzt haben wir acht. Das heißt, wir können auch ein bisschen das Zeug verlegen. Ich habe ja gesagt, ich brauche einmal zwei und einmal drei. Das heißt, ich habe jetzt da mal eine fünf. So, man, Terracotta habe ich auch fertig. Das war jetzt Terracotta. Und zwei. Dann habe ich jetzt acht, äh, Elfo Wire Relays. Und das waren jetzt dann zwei und das waren drei. Und ich habe meine Wire Connectoren. Sehr schön. Das heißt, die Quest haben wir jetzt auch fertig. Äh. Ah, jetzt hat es, jetzt hat es geschnallt. Ah, okay, dann bin ich hier jetzt bei MV. Ähm, da wäre ich bei HV. Bessere Stahlproduktion, bessere Blöcke, besseres Void Samples. Ähm, ah, Sorgen hat es auch geschafft. Sehr schön. Also, das heißt jetzt für uns, wir haben, ich habe nur kein Abnehmer. Das ist gerade mein Problem. Dann wollte ich jetzt mal diese Glotsch probieren. Äh, das heißt, ich brauche jetzt diese Vacuum Tube. Die Vacuum Tube mache ich mit Crafting Components. Dafür brauche ich eine Nickel Platte. Ich brauche Redstone. Ich brauche ein Kabel. Gut, dass ich das ganze Kabel schon verbraten habe. Ist egal. Machen wir nochmal welches. Also, ich brauche davon, ich mache gleich vier. Ähm, ich brauche Nickel. Ich brauche Redstone. Was hat er jetzt noch gesagt? Was brauche ich noch? Glas. Das kann ich sowieso gerade nicht mitnehmen. So voll. So, also, das heißt, du kommst schon mal hier rein. Dann heißt es jetzt für mich, Dester umarbeiten zu Platten, umarbeiten zu Kabel. Dann haben wir dasselbe nochmal hier, umarbeiten zu Platten. Das war dann, das war dann Platten rein, Kabel rein. Und jetzt brauchen wir nur noch Glas. Das war nur noch. Lass mal gleich mal acht durchlaufen. So, hier vier, hier vier. Was, wofür brauche ich denn eigentlich von dem Zeug? So, dann brauche ich vier und einen Kupfer. Nein, ich brauche zwei Eisenplatten und einen Kupfer. Und ich merke gerade in dem Tablet ist es einfach nur günstiger. Ich verstehe zwar gerade ein bisschen diesen Hammer, aber dagegen ist eigentlich das Zeug um die Hälfte billiger. Also, nichts dagegen. So, sehr schön. Das heißt, wenn ich jetzt das und das auch noch reinlege, geht genau der nächste auch noch an. So, da wollten wir sechs Stück rausnehmen. Und davon zwei. Das heißt, irgendwann werde ich auch von den Workbenches mehr machen. Dann kann ich nämlich auch diese Sachen immer drin liegen lassen. Kommt halt immer darauf an, was ich alles nehmen muss. Okay, also, das heißt, wir haben das. Jetzt brauche ich noch zwei und nochmal zwei Glas. Das ist ja das wenigste. Also, du kommst dahin, du kommst dahin. Dann brauche ich das Glas, was ich jetzt, die vier Glas. Gut, dass ich gerade gesagt habe, ich mache mal schnell acht Glas. Und das und ich habe eine Gartenglotsch. So, können wir gleich testen. Erstens eine Quest abgeschlossen. Und wir können es gleich testen, ob es funktioniert. Der Connector ist, glaube ich, das, was Connected. Das heißt, ich stelle dich jetzt einfach mal hier hin. Dann schließe ich dich da an. Ich schließe dich da an. Jetzt braucht man auch noch das Kabel. Das klickt man hier an. Das klickt man hier an. Und ich habe, äh, das Ding verbunden. Und Man sieht immer noch nicht, dass das Ding was produziert. Das ist total bescheuert. Aber man sieht, dass hier Energie ankommt. Ist jetzt nicht gewählt. Aber, ich hätte gesagt, das, was wir machen wollen, reicht. So, und das heißt jetzt dann für mich, wenn ich jetzt dann, äh, irgendwas, ähm, öfters brauche, Ja, äh, steht da irgendwas dort? Garten Clutch, da. Da ist kein Rezept drin. Dann muss ich mal schnell hier gucken. Kommt wieder zurück. Garten Clutch. Äh, so device accept power fluid and items to its respect parts. Water and power are always required. Äh, äh, okay. Also, das heißt jetzt, ich habe, glaube ich, Erde dabei, ne? Genau, ich habe jetzt da die Erde. Vertilizer kann man hier rein verfrachten. Und ich brauche, äh, ein Wasseranschlussbrei auch noch. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob es von Immersive eine Pumpe gibt. Was nicht schlecht wäre, weil dann könnte ich nämlich auch mal langsam anfangen, Wasser von A nach B zu transportieren. Ohne willst zu gucken. Aber ich will jetzt nochmal was anders schauen, und zwar im Questbuch. Heavy Machinery, Under Pressure. Ich brauche Bitumen und Aluminium Brass, Ingets. Okay, das Aluminium Brass, das machen wir mit der Schmelze, die ich noch unten aufbauen muss. Bitumen. Äh, Bitumen könnte interessant werden. Ich schaue mal schnell rein in mein Büchlein hier. Äh, Biktumen. Äh, Arc Furness. Da steht nichts drin. Für mich wird nämlich gerade nicht ersichtlich, wie ich an Bitumen rankomme. Nochmal Bitumen. Immersive Petroleum. Petroleum. Ad Immersive Petroleum. Ah, da gibt es einen portablen Generator. Dann haben wir hier lauter Projektoren. Ich vermute mal, dass das irgendein Abfallprodukt ist von, äh, von dem Mod dann. Da werden wir uns dann auch noch drum bemühen müssen. So, wir wollten aber das Ding da hinten noch anschließen. Ähm. Von, von Immersive gibt es keinen Tank, oder? Ich weiß jetzt, von Agri-Craft könnte ich jetzt, äh, Wasserquelle hinstellen. Das könnte ich mal probieren. Ich nehme jetzt mal dich mit. Ähm, ich habe doch... Danke. Danke. Auch hier nicht. Ja, ich trage mal schnell meinen Tank dahinter. Ich will einfach nur testen, ob das da reinläuft. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Seite richtig habe. Ich sag jetzt einfach mal, ich probiere es mal auf der Seite. Jawohl. Sehr schön. Also, Wasser ist jetzt auch drin. Und ich hätte jetzt auch noch schnell, äh, Seeds mitbringen können. Jo, da bin ich wieder. Hat, hatte ich, hatte ich vorgestern schon mal, glaube ich. Also, zwei Folgen davor. Ihr kennt ja, ne? Man ist nie, äh, Man wird, es wird nie einer gebraucht, außer man nimmt auf. Oh, aber wir holen ein Steinchen. Wir machen jetzt dieses Ding da hinten noch fertig. Und ich nehme jetzt vor allem noch ein Sieg mit, äh, dass wir auch, äh, ja, das, äh, testen können. So, ich nehme aber noch schnell eine Kiste. Die stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Da kann ich das reinschmeißen, das reinschmeißen. Dich brauche ich auch nicht. Dich brauche ich auch nicht mehr. Ich brauche auf jeden Fall, ich muss mal schauen, ob ich dann irgendwo schon einen Speicher herkriege. Ähm, dass ich schon mal Energie, äh, sichern kann. Es ist nicht viel, aber wie gesagt, das Ding läuft ja die ganze Zeit. Da könnte man ja versuchen, auch, äh, die Energie, äh, zu sichern. So, äh, dann kann ich nicht noch mit reinhauen. Den Hammer behalte ich. Alles klar. Dann brauchen wir noch einen Sieg, haben wir gesagt. Ähm, mir fällt da, mir fällt da sofort Melone ein. Ich weiß nicht warum. Weil das, glaube ich, das ist, was wir brauchen, dann später für den Mechanismusstrom von Aston. Bin mal gespannt, was ich jetzt vergessen habe. So, das heißt, das kommt jetzt auch rein. Genau. Fertilize Amount 0,98. Das ist immer da. Wie gesagt, wenn man jetzt einen Fertilizer rein macht, dann ist der, äh, Growth Modifier höher. Genau. So, und wir schauen mal, äh, wie ihr es so schön seht, ne? Da ist jetzt gerade die Melone gewachsen und da haben wir sie. Hallo. Ich weiß jetzt nicht, ob der nur große Melonen es raushaut. Ja. Ja, und die großen Melonen, die kann man dann, glaube ich, irgendwie, äh, im, im, im Split, äh, zu kleinern, zu neun. Und die kann man dann verarbeiten. Genau. Aber, ne? Das läuft immer. Schauber. Super. Ähm, ja. Dann haben wir das fertig, dann haben wir das fertig. Wie gesagt, äh, ja, den Gang hier in der Mitte bin ich jetzt noch beim Überlegen. Laufen tut er ja. Dann hätte ich gesagt, machen wir schnell noch die Wand hier fertig. Wie gesagt, Strom abnehme und dann wird irgendwann auch der Strom nach unten richtig sauber verteilt. Auf jeden Fall noch einen. Und wenn ich irgendwann mal auch noch das Wasser da hinten entlang laufen lassen will, dürfte das dann auch gehen. Ja, das heißt, da mache ich schon mal Deckel drauf. Glaub, hier kann ich auch noch zumauern. Jawohl. Ja, und wenn ich jetzt hier noch Wasser rein mache, also brauche ich noch mal eine Runde. So, dann machen wir mal die gleich bei der Eimler voll. Nicht jetzt, kann ich jetzt nicht noch zumauern. Ja, aber dann bleibt das Scheißding stehen. Das wollen wir nicht. Aber das war der Anschub. Ja, und ich habe es geschafft, die unendliche Wasserquelle aufzuheben. Wo es er hält. Das sah doch gut aus. Da muss ich nicht mehr hin. Da muss ich nicht mehr hin. Au, au, au. Kein Stromschlag mehr wollen. Leider wird es auf jeden Fall weitaus höher werden müssen als gedacht. Lustig ist, wo bin ich da drauf und muss da drauf. Jetzt kann ich es dann vom einen aufs andere hüpfen. fast ein Mann frei. Kann ich hier auch die Leider weghauen. Und die Leider mache ich jetzt auch erst mal weg. Da muss ich noch eine Fackel draufsetzen, weil die Leider nicht reicht. Dann müssen wir auf jeden Fall demnächst mal ein Leider bauen. Ja, und wir haben schon 23 Melonen. Das ist doch, das ist doch mal was schönes. Genau. So, ja. Das heißt, wir haben Strom laufen und durch unser Wasserrad bin zufrieden. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel Strom das der abwirft. Wird leider nicht angezeigt. Da bräuchte ich, wie gesagt, ein Messgerät, weiß ich nicht, ob es gibt. Und ein Speicher von Immersive, weiß ich auch nicht. Müssen wir alles erst überprüfen. Genau. Aber ich bin schon mal froh, wir haben unseren ersten Strom am Rennen. Und das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal anfangen, jetzt da auch was zu tun. Und vor allem jetzt macht es dann auch eventuell Sinn, die Forestry-Maschinen zu bauen. Und dann, ja, wieder mal auch da hinten mit anzuschließen. Damit wir auch die Seeds dann endlich mal wegkriegen. Und vielleicht noch Fruchtsaft herstellen. Und, 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 genau. Und unsere drei Besucher sind weg. Juhu. Strange. Ja, das Lustige ist, ich hatte mal früher, war ich der Meinung, zwei Hühner, zwei Schafe. Okay, die Schafe sind noch da. Zwei Kühe und zwei Schweine. Ja, haben wir nicht mehr. Haben wir nur noch eins. Okay. Ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020